Heyo, das ist B-Rabbit, straight from the 8th mile hier nach Münster. So, es ist Ostern, ich hab euch einen wunderbaren Oster-Video-Contest mitgebracht. Warum? Ihr könnt ein richtig fettes Toy-Machine-Package gewinnen und ein bisschen Fame kriegen. Zwar nicht so viel wie der coole Hase hier, aber auf jeden Fall ein bisschen. So, was ihr machen müsst, ihr dreht ein Video. Vorgabe Ostern. Skateboarding, verrückte Action und Segal, Hauptsache Ostern. Nicht länger als zwei Minuten. Ihr bindet das Titus-Logo mit ein und dann ladet ihr das bei euch bei YouTube hoch. Schickt uns den Link, wir packen das bei uns im Channel und dann gucken wir mal, wer da gewonnen hat. Und was man gewinnen kann, das zeige ich euch mal jetzt. Also, folgt mir mal. Ihr seht, Toy-Machine-Deck. Richtig schöne Sache. Toy-Machine-Shirt, Rukus-Achsen, Toy-Machine-Socken, Beer-Rings von Reds, Browns. Mega geil. Richtig schöne Geschichte. So, Einsendeschluss ist Ostermontag und Starttermin ist der 17.3. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich holler jetzt ein bisschen durch die Streets, ein paar Ladies abchecken. Ihr wisst, ihr könnt mich erreichen. So, schreibt mir auf mein Blackberry, ihr wisst, was es ist. Ostern. Go! Oh!